Aktuell lädt die Stadt Bautzen gleich zu zwei Veranstaltungshöhepunkten in die Stadt. Zum einen beginnen die 18. Bautzener Sendwochen mit gleichzeitiger Geburtstagsfeier. Denn dieser wird in diesem Jahr 70 Jahre alt und zahlreiche Gastronomen haben sich aus diesem Anlass besondere Gerichte rund um den scharfen Aufstrich ausgedacht. Zum anderen starten unter dem Titel Bautzener Türme Open die Schachwochen in Bautzen. Sie werden in der Stadthalle Krone veranstaltet. Höhepunkte sind dabei diverse Schachspiele an außergewöhnlichen Orten in der Stadt. Weitere Informationen zu beiden Veranstaltungen finden Interessierte online unter www.bautzen.de slash sendwochen oder unter www.schachwoche-bautzen.de